Willkommen zurück zu Breath of Fire 3. Ja Leute, beim letzten Mal haben wir das Affenmonster Nuhe in den Bergen erlegt und wurden dafür von den Dorfbewohnern ganz groß gefeiert. Die ganze Ärger ist verflogen, also die ganze Wut, die sie auf uns hatten. Und ja, wir haben ein recht gutes Ansehen jetzt erreicht. Und was machen wir jetzt natürlich mit diesem guten Ansehen? Wir nehmen jeden x-beliebigen Auftrag an, wie es aussieht, ne? Na, ist das unser lieber Auftraggeber, dieser Loki? Hm, die neue Mauer? Ich glaube, sie liegt nördlich von ihr. Aber du kommst, aber hier kommst du nicht rein. Die Handwerker haben perfekte Arbeit geleistet, ne? Ja, das ist ein anderer Kundenträger, der genauso aussieht wie der Typ. Ja, er heißt Loki und hat uns dazu angestiftet, diesem ach so reichen Herrn McNeil, äh, die Steuergelder zu klauen und sie wieder den Bedürftigen zu geben. Ähm, ja, ich weiß ja nicht, ne? Keine Kühlklauen, das heißt ja jetzt zu einer Farm, ne? Wie es aussieht. Ja. Ich finde, die Sache kann nur schief gehen. Ray, Timo und ich, wir haben uns jetzt hier getrennt und suchen jetzt getrennt nach dem Eingang, aber... Hm. Das ist kein Problem für mich. Aber ich weiß nicht, ob Rio das schaffen wird. Hochzuklettern? Hm. Ja, wir können ja mal gucken, ob es noch einen anderen Weg gibt. Das ist das Haupttor. Hm. Warum klopft ihr nicht an der Vordertür und sagt, wir sind hier, um allen das Geld zurückzugeben, was ihr gestohlen habt? Äh, Timo, das ist jetzt eine fun-fucking-tastic Idee. Okay, dann gehen wir diese Olle Mauer doch mal ab. Irgendwo wird doch da noch was zu finden sein, ne? Muss ja, sonst trennen wir uns hier nicht. Ah. Soviel zu dir, Herr Handwerker, haben gute Arbeit geleistet. Dafür sieht es sehr verdächtig und vor allem porös aus. Wenn es so durchgeht, dann hier. Was ist los? Etwas gefunden? Hey. Ist das nicht die Mauer, an der sie gearbeitet haben? Hm. Ich möchte wissen... Hey. Ich ahne es. Klopfen. Ganz, ganz unauffällig, ne? Hihihi. Bist du okay? Hoffentlich hat das keiner gehört. Hörst du es denn zu glauben? Soviel zu den tollen Reparaturarbeiten. Hm. So hätte ich das nicht geplant. Äh. Aber ich nutze jede Chance, die ich bekomme. Bequemer geht es nicht, ne? Einfach mal reinmarschieren. Okay. Auf geht's. Wird keiner gehört? Ich meine, hallo, wenn einer in der Mauer umkippt. Ich meine ja nur. Okay. Ah. Oh mein Gott. Versteckspielen a la Ocarina of Time. Dreht euch mal weg, dass wir an euch vorbeischleichen können. Nein. Dann seid ihr vielleicht kurzsichtig und wir können einfach so an euch vorbei. Ich meine, hey, tut doch unauffällig, ne? Hey, wer ist da? Oh, jetzt ist ja noch, ey. Hä? Hey, wenn du nur getötet hast. Hm. Dann hätte ich wohl keine Chance gegen dich. Richtig? Äh. Du bist ein echt cleverer Junge. Wir gehen rein, okay? Äh. Schweigegeld. Na gut. Danke. Unser Gehalt ist nicht gerade üppig, weißt du? Geh ruhig rein. Ich hab nix gesehen. Ach, wir dürfen jetzt hier jeden 50 Zenni zuschustern. Gehen wir schon rein, oder? Nö. Keine Tür. Sieht aber so verdächtig aus. Ich weiß ja nicht. Da sind bestimmt ein paar schöne Schätze auf dem Gelände, ne? Oder für jede Wache bestechen. Für die Zeit ein bisschen teuer, ne? Ja, aber groß ausweichen ist ja auch nicht, ne? Ihr seht ja auch, die blockieren die Treppen und alles. Äh. Gehen wir doch direkt mal hier weiter. Halt! Äh. Was ich sagen müsste. Aber wenn ihr... ...rumschnüffelt, wo ich nichts sehe, juckt mich das nicht. Halt! Okay, du lässt dich nicht besch... ...habe. Aber... ...habe. Verstehst du, was ich meine? Ne, ich verstehe gar nichts. Ihr habt ne Arbeitsmoral. Also, immer wirklich hier. Ah, auf die muss ich vielleicht aufpassen. Bewege... ...bewegen sich. Bewege... ...warten, bis der sich wieder umdreht. Wenn er sich wieder umdreht. Dann kann ich da vielleicht an ihm gesehen vorbei. Hey, ihr! Mach die hier! Dann warf dich raus. Okay. Und Bromzen, wenn er jetzt hier draußen will natürlich wieder Gegner, ne? Hallo, Booster. Verzieht euch. Der Lappen! Und darf ich mal raten, dass ich der ersten Wache jetzt wieder 50 Zenits zuschieben darf. Ah, jetzt... Jetzt fälten wir jetzt aber auf. Tipulärte Simon. Also schon mal... Gut. Ja, nee. Dann haben Level abends vorher nicht aufgepasst. Von wegen Fähigkeiten. Ne, kann ich dieses Büsch... Ja, Perfektive, ne? So. Äh, da, da, gut. Aber hey, die Mauer hat immer noch keiner entdeckt. Bringt es was, hier die Büscher zuzuhacken? In dem Spiel generell, meine ich. Gegen Bäume sollte ich entweder auch mal schlagen, aber... So. Alle auf Rühe! Er macht doch. Na, schaffen jetzt die Kleinen? Warte als Sache. Hey. Okay, bisschen Kohle. Wunderbar. Ray, Ruf. Ganz, ganz unauffällig. Hm, total. Okay. Aber mal ehrlich, will ich an dem Hinten vorbeikommen sollen? Na, noch mal Kohle? Ich brauche... Tut mir leid, aber ich brauche noch mal 50 Cent. Wenn ich erwischt werde, kriege ich großen Ärger. Na, na hier, nimm halt. Ansonsten wirfst du mich raus. Boah, das wird auf Dauer teuer. Ich muss mir mehr Mühe geben hier. Geht ruhig rein, ihr habt nichts gesehen. Ja, ja, ja. Ist ja schon klar, ne? Äh, ja. An dir komme ich natürlich auch nicht vorbei. Dann muss ich aber einen Weg finden, an dem Kilder, äh, reinzukommen. Hm. Kann ich mich... Okay, ich kann jetzt so nicht an ihm vorbei. Können wir so festhalten, ne? Hat er mich gesehen. Aber auf der anderen Seite, von hier aus, da muss ich doch eigentlich noch eher in sein Licht reinkommen, oder? Hier sieht es aus, als hätte ich da noch mehr Platz, als dass ich mich da vorbeiquetschen kann. Ich will nur riskieren, an der hinteren Wand zu bleiben. Äh, was macht der hier? Nichts. Wie soll ich da durchkommen? Die machen mich arm hier. Ohne Scheiß. Aber es gibt ja keinen anderen Weg hier. Hä? Ich bin zu blöd zum Schleichen. Ha-da-da. Äh, halt die Rei. Ich bin einfach mit Blübem versuchsen. Und dann das Traum. Das Zeug so weg. Alle auf Tipo. Klasse. Hör! So, jetzt darfst du ihn bitte gerne abhauen, wenn er will. Wenn er noch dazu kommt, heißt... Ja, er kommt noch dazu. Naja, den Gegnern kann man sich immerhin, wenn es sein muss, die Fugt sich sehr nie erfarmen, aber da... Ehm, ja... Der da oben, der steht richtig scheiße. Ich weiß nicht, wie ich an ihm vorbeikommen soll. Von unten, ganz an der Wand, klappt's nicht, weil... Da sieht er mich, weil er sich dreht. Und dann bin ich in sein Licht reingelaufen. Oder so, keine Ahnung. Man sieht es ja nicht gescheit, wegen der Perspektive. Könntet ihr die Kamera nicht so machen? Ganz ehrlich, das fände ich besser als so. Wieso renne ich immer in das Eck da hinten rein? Ich weiß jetzt nicht. Ich weiß jetzt ehrlich nicht. Lass du deinen Weg blockierst, ist auch doof. Vielleicht muss ich dem seine Geldbörse irgendwo finden. Ah, man hat gar nicht vor... Ich meine... Geldbörse... Ich werde nix melden, bis ich sie gefunden hab. Dass ich vielleicht eine Börse brauch... ...damit ich da bei dir durchkomm. Ah, wieso liegt hier ne Geldbörse? Das war jetzt die Börse. Das war jetzt die Börse. Aha. Ne? Ah, ich hab was für dich. Äh, das hat meine Geldbörse. Ja, ich hab sie schon überall gesucht. Boah, ich sollte das echt nicht tun, aber da ihr meine Geldbörse gefunden habt, werde ich euch durchlassen. Und nix melden, ne? Und nix melden, ne? Ja, von wegen. Ich melde nix, bis ich sie gefunden hab. Und ich hab sie gefunden und jetzt melde ich erst recht nix. Und... So. Und der ist auch so... ...und dreht sich direkt um, wenn... ...wie er da kommt. Ne, ne, ne. Ich... Lass ihn nochmal kurz hier... ...schnell durch, schnell durch, schnell durch. Uh. Jetzt kann ich da runter. Ah, da hoch durch kann ich klicken. Der blockiert den Weg da ganz und gar. Dann gehen wir erst mal hier unten weiter. Und dann... Ja, da werd ich durch können. Und dann kann ich da hoch. Äh, steh ich richtig? Ja, tu ich. Äh. Ja. Glocke, wofür ist hier ne Glocke? Kann ich die... ...sollte ich die läuten? Ich mach's. Äh. Feierabend. Hm? Hey. Zeit aufzuhören. Das war eigentlich nur scherzhaft gesagt mit Feierabend, aber okay. Ich hab nix dagegen, wenn's denn wirklich so ist. Hahaha. Hab ich da hinten Schuppen gesehen? Nee. Dunkelleiter. Mit nix oben. Okay. Bäumchen. Bäumchen. Ich geh nicht mit geschlagen. Ich hab's in den Bäumen versteckt. Hm. Na gut. Egal. Hauptsache ich komm erstmal hier durch. Ähm. Joa. Boah. Die Weitssicht ist hier nicht gerade besonders, ne? Oh. Der hat jemand in den Durst getrunken? Äh. Ich weiß nicht, wenn... hier hier durchgelassen ist. Sieht es so aus, als... Äh. Mach ich nicht meinen Job nicht richtig, oder? Äh. Ich hasse es. Die erste Frage, aber... Glaubst du, du könntest zum Tor gehen, den Hund, der sich dort befindet, loswerden? Ne? Seht. Diesen Weg. Es wird aussehen, als sei der Hund schuld. Nicht dich. Ne? Bitte. Ist ja ein Ding. Glaubt man das denn? Hier sind alle nur eine Bande von... Hänglern. Oder Hängern. Äh. Nachhängern. Dieser Weg? Dieser Hund. Hahaha. Es ist falsch, sich an einen... ...Kleinhund zu vergreifen, Ray. Hm. Würdest du dasselbe sagen... ...wenn er dich in den Hintern gebissen hätte... ...als du über die Mauer geklettert bist, Tipo? ...Lieber das, als eine weitere Nuhe. Los, tun wir es. Moffkampf gegen... ...Fooch, den Hund. Super. Jetzt sollen wir für die Wachen... ...den Wachhund umhauen? Ich finde das alles höchst, höchst seltsam. Na gut. Erstmal gucken, ob er... ...was klauen kann. Ja. Der Rest macht erstmal alles physisch hier. Hm, ein Vitamin. Sprechen. Oh, Abwehr down. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Hm. Schön. Wir versuchen noch, um Vitamin zu klauen. Hm. Bei Tipo und Simon kostet aber viel weh. Aber ansehen kann man es ja mal. Nichts tra... Okay. Geht mal an, mein Clown. Nochmal Update down. Okay. Simon. So. Wie übel. Dann machen wir das erste Mal normal hier, ne? Simon ist das höchstens hier. Ich hau mal normal, normal drauf. So viel Schaden macht er doch nicht. Ah, hat Tipo-Schwächen. Uh, Kript. Sehr schön. Blöde Töle. Lass das. Ja, ein sehr spannender und aufwechslungsreicher Kampf. Was? Ähm. Hehehe. So schön sagen. Hast du noch ein paar andere Tricks draus? Nö. Die mächtige Gegner ist tot. Hm. Arme Sonny. Na? Kann man jetzt auch dann einfach durch das Haupttor durch? Nö. Natürlich nicht. Natürlich nicht! Na, was sagst du jetzt? Seht ihr diesen Weg? Der Hund wird all den Tadel ernten. Und nicht ich. Ich bin aus dem Schneider, ne? Und deswegen lässt er uns durch. Alles klar. Dann blockiert den Weg. Alles klar. Hier gibt bestimmt noch ein paar richtig versteckte Items. Für die man dann, ja, noch den Wachen ein bisschen geschickter ausreichen muss. Kann ich da auch laufen? Sieht er mich dann? Oder? Ich geh mal nicht hoch. Ich muss das mal so noch weiter gucken. Wenn ich wüsste, wo ich hin muss. Der bewacht was. Und zum Hingehen möchte ich auch nicht unbedingt, weil... Ja, man weiß ja nie, ob der eine jetzt rausschmeißt oder ob er sich bestechen lässt. Na, ich geh mal die Treppe hoch. Ich riskier's. Und... Ja, geschafft. Äh... Okay. Was ist das? Kannst du mal sehen. Okay. Aber... Ich bin schon mal... Flammangriff gegen alle Ziele. Das ist gut. Ein Cracker. Oder Cracker. Ich hätte wohl eher Kracher genannt. Oder Böller. Muss ich schon mal sagen, die deutsche Übersetzung ist jetzt hier auch nie wieder nicht so pralle, aber das bei anderen Spielen, wie zum Beispiel Kandia ja noch besser. Ich riskiere es morgen geht zu dem dahin. Na, was machst du hier? Ich wünschte, ich könnte bei bei Mina sein. Und stell dir nicht in dieser Ecke fest. Ja, dann geh doch. Wer hält dich hier? Ich nicht? Nein. Ach, sieh an. Was treibt denn ihr hier? Erwischt! Mh, Mina. Würdest du gern mit mir gehen? Hier kriegt auch nichts um mich rum mit. Kann das sein? Ich weiß nicht. Oh, schönes kleines Kleid hier, ne? Ach, sieh an, da hinten spannend. Ne, noch einer. Ha! Achso, da hält eine Lampe. Zu dem sollte ich mal lieber nicht hingehen. Okay. Dann geht mal mit dem anderen Typen da. Hallo. Ach, warte. Was macht Mina dort drüben? Ich würde lieber schauen, so wie es dir gut geht. Hier sind wir ja echt in Haufen. Ja, da bleibt die Frage, wo könnten wir noch hin? Wenn wir da drüben gehen konnten. Der wird uns wohl kaum vorbeilassen. Werde ich mich auch wohl kaum vorbeischleichen können. Jetzt hat mich die andere Wache von vorhin da geleert. Ich quatsch mal mit dir, da stehst du ja auch so teilnahmslos in der Gegend rum. Ah, vergesst es einfach, von vorn her hier rein zu kommen. Im Gegensatz zu mir nehmen die anderen Wächter ihren Job ernst. Ja, das merke ich total. Okay, irgendwie sehe ich gerade den weiteren Weg nicht. Gibt es auch weitere kleine Glocken, die ich löten könnte. Lauten durchzugehen macht auch keinen Sinn, weil ne, da komme ich ja her. Frag mich, was Mina gerade macht. Was? Du sagst, Mina ist hier mit dem anderen? Das ist furchtbar. Ich kann es nicht glauben. Das muss ich sehen. Ja, war klar, irgendwie war nicht umsonst hier draußen. Ein Hühnerstall. Wenn wir wegen der Wachen nicht ins Haus können, ja, warum klauen wir dann nicht ein paar Eier und gehen heim? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Warum sollten wir die Ansprüche so niedrig ansetzen, Tipo? Wow, Ray! Was ist? Oh! Vielleicht sollte ich sie zurücklegen, Ray? Ich glaube nicht, dass ihn das glücklich machen wird. Äh... Yo! Der Chef ruckelt wieder aufs Maul. Rocky Balboa. Na gut. Verkloppen wir Rocky Balboa. Ähm... Heilen. Den mache ich erst mal noch nicht. Ich vertraue mal drauf, dass ich da ein... da jetzt ein Goggle wegstecken kann hier. So, Tipo. Äh, ein Goggle kann man bestimmt gut verbrennen. Ich mache einmal ein Cipo und das gönne ich mit einfach mal. Rühne. Warte! Warte! Ich rupfen und mit Pommes und Ketchup servieren. Und ein bisschen Salat dazu. Ich kann nicht aufpassen, dass er da was geklaut hat. So drauf. Mach einmal aufs Brausen. Oh. Na, Tatsache. Uh. 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 Aha, also da sieht man an dem Verteidigungsunterschied zwischen Ray und Tipo. What the hell? Okay. Ray, auch wenn du gut Schaden machst, du musst man kurz unbedingt hier ähm, ja. und jetzt kenne ich keine Gnade mehr. Ah, nee, warte mal. Ich werde das bestem auch dritten Mal zur Sicherheit auch mal Ray heim. Aber man weiß ja nie, was jetzt Vinox so auspackt. Und Tipo, Simon, keine Gnade mehr. Na dann, nimm das. Haha, daneben. Die Lärmung nichts. Na komm, Vögelchen. Verzieh dich endlich. So, die Lärmung. Ich heim mich mal lieber selber. Simon. Ja, nichts mehr. Na gut, das Heim kam genau zur rechten Zeit. Hält aber doch ordentlich was aus, das Federvieh. So, jetzt will ich aber trotzdem wieder ein bisschen MP sparen. Genug mit Simon geschleudert. Wo hat man das mit purer Schlagkraft? Ich steck dir zu, Kentucky Fried Chicken! Genau! Ich kann jetzt vielleicht, äh, nicht so ein paar Hühlersprüche auszudenken, ne? War ein wahrhaftes Rekersieg. Yay, ich habe ein fettes Huhn getötet. Das ist gar, das ist gar kein Aufsehen der Weg. Nein, 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 gar nicht. Äh... Wow, was ist los? Na, töten! Mina? Scheit töten. Hühner! Ja und ab! Und Mina will sie töten. Ähm... Wo ist die Tore? An jeder fängt die Hühner ein. Mina, nicht töten! Ich brauche jetzt wieder mal auf Tour. Äh... Mann, das klappt ja besser! Als wir gehofft hätten. Wir müssen... Ja, nun eigentlich recht einfach ins Haus gelangen. Wow! Hahaha! Einfach nur wow! Hahaha! Ja, vielleicht man doch ein bisschen aufversorgen kann, ne? Aber alle sind nicht abgezogen. Aber die eine Wache da oben bestimmt. Nicht! Äh... Wo komme ich denn ins Haus? Nö? Wo komme ich denn ins Haus? Das müsste ich jetzt noch gerne... Ah, ich kann da oben jetzt hin. Das kann man da nicht. Ähm, 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 ähm. Dann gehen wir eben da außen rum, ne? Dann hier hoch. Ja, ihr seid sehr beschäftigt, sich nur einzufangen. Ich seh schon. Ähm, ne, da war nix. Hä? Oh, was geht denn da ab? Psst! Ich glaube, jemand ist hier. Was sollen wir tun, Ray? Ja, ich check mal die Lage. Nein, tu das nicht. Du bist nicht so der geschickte... Äh... Sie bewachen alle die Tür. Wollen wir aufgeben? Nein. Niemals! Wir gehen mit Gewalt rein! Och, ernsthaft. Kraft? Du meinst mit den... ...möchtern kämpfen? Nein. Ich werde den Lockenvogel spielen. Während sie hinter mir her sind, schleicht ihr beiden rein. Ich werde aufs Dach klettern und euch dort treffen, okay? Ähm, ähm, er greift ihn! Keine Sorge. Es wird schon gehen. Ray ist ein schneller Läufer. Auf geht's, Ryu! Und das wäre ne gute Idee. Ich finde ihre Anteaktion sehr, sehr strange, wenn ich ehrlich bin. Und haben sie schon in den Engel gedrängt, oder was? Äh... Hier geht nichts. Wow! Okay, springen kann er. Respekt! Und hier kann ich mich bewegen. Wunderbar. Gut, Leute! Wir sind in der Welt eingedrungen, aber mal wieder ohne Ray unterwegs. Gefällt mir persönlich nicht so, weil Ray ist... ...tougher Kämpfer. Ja, ähm, wie's hier drin weitergeht, nehmen wir beim nächsten Mal. Die Musik verheißt ja jetzt schon nichts Gutes, oder? Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!